Monarch war da, in San Francisco. Es war, als würde die ganze Stadt runtergehen. Diese Typen haben Fotos gemacht, als hätten sie darauf gewartet. Denkt ihr, euer Vater hat für die gearbeitet? Das Zeug war in seinem Safe. Was ist das? Was ist Monarch? Das ist die Welt, in der wir leben. Und Monster gehören unausweichlich dazu. Diese Dateien gehören uns. Und die sind wichtiger, als sie sich entfernt vorstellen können. Das wird sicher Albträume bescheren. Entweder ihr glaubt, den Haufen Scheiße, den Monarch euch erzählt. Von wegen meiner Vater sei spurlos verschwunden. Oder? Wir finden raus, was wirklich passiert ist. Bevor es zu spät ist. Oh mein Gott, nur schnell raus! Diese Welt gehört uns nicht. Glauben Sie mir. Es ist viel größer, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Diese Monster und Monarch haben mir einfach alles genommen. Damit ist Schluss. Die Welt steht in Flammen. Wenn Sie Millionen von Menschenleben retten wollen, dann helfen Sie uns. vorabsch Kartmann vorabsch wie der fremd, Men wie der fremd Untertitelung des ZDF, 2020